hallo und herzlich willkommen bei graphics fragt einer weiteren folge natürlich von graphics fragt und das thema heute thema ist thema heute thema ist die das thema heute ist herr kommentiert wie ihr wisst herr kommentiert ist ein format was immer um 18 uhr am montag auf unseren channel kommt und in dem ich einfach euer gameplay kommentiere das problem dabei ist jetzt die thematik ist hier ich kriege zu wenig gameplay das ist jetzt nicht böse gemeint an euch um gottes willen nein wir haben glaube ich einfach viel zu wenige leute und ihr wisst glaube ich auch nicht genau was ihr aufnehmen sollt bzw schicken sollt oder wollt oder könnt oder wie auch immer grundsätzlich geht ja wirklich jedes spiel ich glaube halt dass ja wo spiele die spiele wo geredet wird von dem protagonisten oder sowas ich glaube da wird es ein bisschen schwieriger oder komplizierter oder so weiß ich nicht ich hatte ja immer nur spiele wo nix geredet wird oder nur bla 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 und ja ich glaube dass das format momentan nicht lange überleben kann oder nicht mehr überleben kann und noch dazu gameplay ich zwinge niemanden gameplay zu machen und mir zu uns zu schicken und ja geben die kommt halt immer am samstag oder sonntag und ich weiß es vorher natürlich nicht kann mich dadurch nicht darauf einstellen und was ist wenn ich einmal am wochenende zu tun habe und nicht zum aufnehmen komme dann fällt am montag die folge aus ist auch blöd deswegen glaube ich dass da wirklich das lange nicht nicht lange überleben kann meine frage jetzt an euch wollte dass wir graphics vorerst einmal passieren wenn wir dann vielleicht mehr leute haben oder vielleicht werde ich mehr gemme bekomme dass man das dann wieder ab und zu machen oder wollte ja komm mach einfach mal wurscht finde irgendein gameplay stimmt einmal ab bitte es müsste wieder ein i aufploppen und meine zweite frage ist habt ihr vorschläge zu neuen formaten auf hier auf graphics was wir machen können statt herr kommentiert vielleicht schreibt es in die kommentare lasst uns bitte diskutieren bitte 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 schaut ab und zu darauf auf die kommentare weil wenn ihr eins schreibt dann schreibe ich sicher zurück und werde vielleicht etwas fragen und ich hätte gerne antwort weil sonst ja dann ist es ja keine diskussion also bitte schreibt eure ideen rein in die kommentare von mir ist auch wenn ihr es anonym machen wollen oder so über das kontaktformular oder über pn auf youtube vollkommen egal schickt uns ideen zu neuen formaten mal schauen vielleicht finden wir ja etwas und ansonsten ja das video kommt ja am montag raus statt herr kommentiert es liegt daran auch ich bin vielleicht wird man es leicht erkältet bzw es kommt die erkältung das habe ich heute früh gespürt metall schmerzen und so ich werde wahrscheinlich falls ich wirklich heute oder morgen ein gemme bekomme ich werde sowas von verkühlt sein ich glaube da macht es kein spaß das zu kommentieren daher wird das da wir da kommt es ja ganz gelegen und wer einfach dieses graphics fragt am montag raushauen und ja ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen wie gesagt stimmt ab ob ihr hier kommentiert weiterhin haben wollt oder nicht und schreibt in die kommentare was ihr welche ideen ihr habt ich habe schon eine zum beispiel ich habe eine neue idee die etwas mit overwatch zu tun hat aber mehr durch jetzt nicht spoilern und ich weiß auch nicht ob die idee wirklich zum umsetzen ist und wann sie kommt und so das weiß ich noch nicht gut das war's von mir ich bedanke mich fürs zuhören wünsche euch noch einen schönen tag dankeschön euer graphic grower tschüss tschüss